Es wird mir eine Freude sein. Und wenn die Medienvertreter jetzt ihre Aufnahmegeräte ausschalten und ebenfalls ihre Augen schließen, können wir mit dem Vaterunser beginnen. Vaterunser, unser Vater, der du bist im Himmel, gereinigt werde dein Name. Dein Schenkel, dein Reich, dein Reich, komme. Aber es soll wild geschehen, wie auf Erden, so im Helikopter. Und ja, gib uns unsere tägliche Pizza, auf das wir sie gut verdauen. Vergib uns werfen, passen. Vergib uns, wenn wir was Unpassendes zu jemandem sagen, vor allem gegenüber Frauen, die viel zu enge Kleider anziehen. Wir, da kommt dein Vorbau erst so richtig. Wisst ihr, das gehört nicht dazu, das weiß ich auch. Bitte haltet eure Köpfe weiter gesenkt. Erlass uns all unsere Schulden und führe uns nicht in einen Tanzschuppen, denn da stehen nur einarmige Banditen, die uns verführen wollen. Und erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist ein mächtiges Schwert und ein Falke. In Ewigkeit und immer und ewig Amen. 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 Amen.